Wir hatten ja schon einige, die es geschafft haben. Heute beginnt der Patrick Geinitz. Patrick. Okay, also nochmal zur Erinnerung. Der Ball muss ins Tor, darf aber vorher nicht aufspringen. Er muss direkt ins Tor. Und der Nächste, das ist der Robert Urwan. Robert versucht es jetzt. Das war sein erster Versuch. Tiny 903 am heutigen Fraportkick ist der Daniel Schmidt. Ja. Ja. Sah schon mal ganz gut aus. Nicht ganz, aber er hatte noch einen zweiten Versuch. Und jetzt Teilnehmer Nummer 4 in seinem ersten Versuch ist der Mike Frey. Das war der Mike. So, jetzt kommt mal alles wieder im zweiten Durchgang. Es geht um 1.000 Euro im Fraportkick. Und wir sind bei Patrick Geinitz. Ball ist im Tor, aber hätte nicht mehr auch springen dürfen. So, vielen Dank Patrick. Wir sind mit uns. Versuch Nummer 2 für Robert Urwan. Reisengutschein. 1.000 Euro. Das Ganze vom Fraport. Vielen Dank, Robert. Na vielleicht schaffen es doch alle heute. So, Nummer 2 für Daniel Schmidt. Okay. Vielen Dank, Daniel. Und jetzt der vierte Versuch. Nee, quatsch jetzt weiter. Für den Teilnehmern. So ist wichtig. Mike Frey. Leider nicht. Aber dann noch vielen Dank an die vier Teilnehmern Patrick, Robert, Daniel und Mike. Und wir haben dann beim nächsten, das ist ja das letzte dann hier gegen die Gäste. Dann noch mal vier Teilnehmern. Vielleicht klappt ja dann noch mal vielen Dank, die machen der Fraport für die Teilnahme. Und wie gesagt, beim nächsten Spiel schauen wir mal. Das ist dann klar. Dankeschön. 그�oya. Vielen Dank. Das ist dann zum Punkt. Hör auf meine Frau. Das ist dann ein Und seine Rolle. Ihr habt integrated hier. Und das geht dann. Nic Freunde. Und jetzt versuch認 das�던 ein Stück. Ja, der Fanclub, Feuer, Flammer, Steinhardt grüßt Michael Mayer, der am 3. Mai, Geburtstag feiert der Vorstand und alle Mitglieder des Fanclubs wünschen dir nämlich alles Gute zum Geburtstag. Liebe Jenny, nachträglich zum 16. Geburtstag wünschen wir dir alles Gute.